ja und damit herzlich willkommen zurück zu water golf ja wir sind immer noch in dem portal level und wir machen da jetzt auf jeden fall weiter musste dadurch alle öffnungen in mir nicht sicher anscheinend verdammt nicht machen dass er da oben rein fällt anscheinend nicht jetzt bewegt dass ich gar nicht mehr aber jetzt schaffen dass er da verdammt jetzt hängt er wieder und zack alles voll portal gut nächstes level perfekt okay ok ich kann ja nur hier rein dann lassen wir uns doch mal lang ziehen und zimmerservice ach du schande dann gehen wir da rüber und ziehen uns da runter ha 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 string theory und wir machen natürlich auch noch die krone ja verdammt perfekt jawohl so will ich das trifft die flagge okay dieses portal ist es also nicht ähm ziehe ich jetzt unendlich viele fäden oder wie das ist doch witzig okay haha bungee golf jawohl und die krone und weiter geht es ähm okay ach so verstehe ach da geht es rüber und wo geht es denn hier hin ach da ist auch was verstehe haha lochschießer ah ne portal gun jetzt hab ich das verstanden okay also wir brauchen hier ein loch und wir brauchen ach so kommt der dann nicht irgendwann da ne anscheinend nicht okay wir können aber nur in diesem bereich hier schießen okay das wird jetzt knifflig warum kann ich da nicht da drüben irgendwo das ist ja doof das ist gar nicht so einfach das ist ein richtiges knobelspiel gerade haha okay jetzt warte mal wenn wir da unten das loch machen ahaha weitschuss das würde wahrscheinlich ähnlich funktionieren oder ach so jetzt hängen wir aber im weg gell wenn ich jetzt aber so mache und der schießt sich da dann ein okay also ich brauche hier ein loch ich brauche da eins und wenn der jetzt da so so rausschießt brauchen wir da drüben noch eins verdammt aber wenn wir das da oben machen und wir uns dann als ah ja wir können ihn vielleicht noch rüber kicken wenn er passend kommt und portabilität jawoll goldkrone super genau und jetzt müssen wir hier hoch ah das ist verwirrend mit den portalen äh ah ja klar ah ja klar okay jetzt sind wir hier oben ah ja genau da fehlt uns nur eins ähm ah ja klar wir brauchen den ball verdammt aber den ball kriegen wir jetzt müssen wir den halt händisch noch rüber schieben ah fruchtig super also theoretisch kämen wir jetzt schon zurück aber ich will ja natürlich so ich habe jetzt zwei Züge das könnte jetzt eng werden ha fruchtiges parfait triff die flagge spielt es eine rolle mit was ich denke jetzt mal nicht ach verdammt na komm dreh dich um ach shit ich müsste jetzt halt eigentlich in den komm restart das kriegt man besser hin also ich schnappe mir jetzt dieses ding genau und jetzt schieße ich mit dem ball da rein oder auch nicht verdammt warum geht das immer in die ecke dumme frucht genau so sehe ich das auch so dann können wir die Tür oben öffnen wir haben ja alles mit gold abgeschlossen und da oben liegt unsere belohnungs truhe portal golf super das freut und dann sind wir jetzt hoffentlich mit dem portal auch durch hoho ganz schön lange leitung hoho lieber sholly gut ja gut aber das soll es dann auch mit dieser folge gewesen sein ich wünsche euch einen wunderschönen morgen mittag oder abend bewertet mein video und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder bis dann ciao